Ja, also wir sind jetzt 200 Kilometer vor Baku und ich habe gerade den Wagen ein bisschen aufgesetzt hier auf dem Schotter und jetzt hängt der komplette Motorblock einige Zentimeter tiefer und jetzt müssen wir sehen, dass wir den irgendwie wieder hochbekommen. Der Stein. Und wer ist denn gefahren? Ich bin gefahren. Tja, Jürgen.